Bis jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben Sie immer ganz tolle, tolle Gruppen gesehen, wo natürlich die Damen meistens in der Überzahl waren bis auf eine Gruppe, da war es ziemlich gleich. Aber jetzt kommt eine Herrengruppe und zwar aus der Tschechischen Republik, die Skipping Boys. Und ich habe gerade noch hinten jetzt erfahren, eine ganz aktuelle Geschichte. Wir haben das Problem gehabt, dass vor circa einer Woche einer von ihnen sich den Arm gebrochen hat. Und daher mussten Sie jetzt ganz schnell Ersatz finden, haben auch einen gefunden, hatten genau eine Woche Zeit, diese Choreografie jetzt einzustudieren. Also wir sind schon sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Also, here are from the Czech Republic the Skipping Boys from Prague. They are skipping together since 2008, but they had a problem. Last week, one of them broke his arm, so they had to rearrange the whole thing and had one of the teammates jumping in for him and had only one week to get to know each other by jumping. So let's see what happens and how it works out. And it's their first contest abroad. They sind zum ersten Mal unterwegs. Ja, genau so. Ja, ja, machen wir noch. Okay, alles klar. Ja, na, ja, let's make a selfie. Okay, ja. Here we go. Here we go. So es ist Beweisfoto. Ja, Beweisfoto einschalten. Richtig. Ja. Alles bewiesen, sie waren in Graz. So this is the proof they have been to Graz. They have been here and it was a great audience here. You're also on the photo. So have fun and enjoy the Skipping Boys from Prague with their choreography. Come on. I've got a cabinet to the gas. I've got a cabinet to the gate. Pozo, cvičí to skupina mladých mužů ze Sokolá Libení Praha, takzvaný Skipping Boys. Pozo, cvičí to skupina mladých mužů ze Sokolá Libení Praha, takzvaný Skipping Boys. Pozo, cvičí to skupina mladých mužů ze Sokolá Libení Praha, takzvaný Skipping Boys. Kjčí to skupina mladých mužů. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 This is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up, like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Now, Peter, King Dog, Skipping Voice, from Prague, thank you very much.